Wir sind heute den 8. Streiktag bei Ampersat. Die Reaktion wird noch immer nicht angelegt und das ist ein Schaden, dass sie sich nun als Kollektivvertrag bei Ampersat attackieren. Wenn sie bei Ampersat attackieren, attackieren sie als alle Gute und dafür haben wir auch eine exemplarische Solidarität am ganzen Land. Der Komitee-Exekutiv von Mosche-Bell, das ihr Wichtgremium von der größten Gewerkschaft am Land, klärt sich auch solidarisch mit den Streikenden von Ampersat. Sie sind determiniert, sie gehen nicht nur und ihr könnt alle Gute helfen, solidarisch zu sein. Dafür Mardier auch in Dorn und die Streikenden von Ampersat. Merci.